Meine Frau macht ein schönes Gulasch. Wunderbar. Und ich packe hier ein paar Pakete aus, die ich gekriegt habe. Und es ist unfassbar. Der BVB hat mir was geschickt. Ein Trikot, das an die alte Zeit erinnern soll. Kohle und Stahl. Sehr krass. Oha, die Packung leuchtet, Schatz. So hast du das ja noch gar nicht erlebt. Wow. Okay, das ist unfassbar. Okay. Alle BVB-Fans drehen wahrscheinlich gerade durch. Ich probiere es kurz an, komm. Sehr krass. Schatz, guck dir dieses Fußball-Trikot an. Vom BVB. Wow. Dein Verein BVB? Kann das sein? Ich weiß, dass viele BVB-Fans in meiner Kommune sind. Dankeschön nach Dortmund. Vielen lieben Dank. Ehrlich, Dankeschön. Liebe ich. Vielen Dank. Vielen Dank.